Ja, hm. Das ist die Frage, wo wir hin müssen. Ah, guck mal! Ein Besen! Eine Kutterschaufel. Wir putzen hier. Kann ich nichts machen? Nee, die bleibt einfach stehen. Die ist total gebrochen jetzt. Ich denke, die macht sie viel zu viele Gedanken. Sie würde nicht sofort kristallisieren. Das wird eine Weile da waren. So, wir werden jetzt mal runter. Da oben ist auch irgendwie ein Kristall oder irgendwas. Ah, guck mal! Die sieht ja mal witzig aus. Hallo! I'm the X-Enforcer. Okay, es ist irgendwie blatt. Gefällt mir nicht. Hallo! Ich bin kaputt. Ich bin gut. Du bist nicht gut. Du bist richtig. Sie haben mich verletzt. Sie haben die Arca. Ich habe die Kristallis. Und das ist alles wegen der... Oh, ich bin entschuldigung. Du musst nicht pretendern, dass ich mich liebe. Ich bin der Enforcer. Ich bin Jinx. Du wahrscheinlich nimmst mich ein Rebel. Aber... ...all deine Läbel ist gut für sie, richtig? Das ist so ein bisschen warmes Rippel, ne? Ich bin mal gespannt, ob der... Aber ich bin krass, dass das alles Auswirkungen hat. Hallo, Kaffeemühle. Was geht? Lasst kuscheln. Nicht kuscheln? Na gut, okay, dann gehen wir mal. Da rein oder gehen wir noch da hoch? Das bringt uns ja nichts. Aber wir können das riesige Teil... Aber gut, wir können nur noch da hoch... Ah, wobei, da oben ist noch ein... Ein Plattenspieler, sag ich jetzt mal dazu. Da gibt es ein expliziteres, was für die alten Dinger. Jetzt tu nicht so, Omi, hopp, lauf! Ah, da kann man grad mal in der... Hätte Herzrhythmussteuerung, die alle. Kann man mit dir reden? Auch nicht. Ach, ich würde euch alle destillieren und dann sind wir fertig. Alle voller... Ich sollte halt durchdrehen auf einmal. Ne, das machen wir nicht. Aber... Ich weiß nicht, ob das alles nur so... Aber wenn wir hier ein Vergessene sind, was sind wir dann eigentlich? Eine Maschine? Weil es können eigentlich nur, wenn ich so richtig verstanden habe, Maschinen vergessen werden. Oder Gegenstände halt. Ich bin wieder da, ich geh mal da rein, ne? Bis später. Ja, WTF ist das? Aha. Aha. Gehen wir da hoch. Bin ich aber mal gespannt. Uh! So? Was ist das? Ja, ich verstehe. Ich brauche dich, dass du ihn lange genug genug hast, um mich zu steal. Was? Nachdem, du schiefst und mich auf der Service zu treffen. Geh das, die Reise. Du schiefst auf. Und du hast einfach die Arca zurückgebracht, nach dem all das, natürlich. Du bist wirklich glücklich auf der Welt, wie ein Crystal, nicht? Warum bist du mir? Ich glaube in dir. Hier ist das Plan. Bob will die Arca nutzen, um die Arca zu attacken Bonko. Mhm. Das ist, warum er sich für einen Specialisten sendet. Einen Vergangenen, der kennt die Anlage des Towergrounds. Du? Du wirst als den Specialisten sein. Wie soll ich das tun? Ich habe einen Freund, der dich in der Bedürfung wartet. Er wird dich in. Warte! Wir machen das jetzt? Wir haben keine Zeit, um zu verlieren. Ich werde eine Diversion machen, damit du hier nicht gesehen kannst. Okay, dann bin ich ja mal gespannt. Tschüss! Sind wir also die Spezialisten jetzt die... Ah ja. Im Lagerraum. Wo ist der Lagerraum? Könnte eventuell da oben sein. Es ist Zeit für mich zu sprechen. Liebe Vergangenen. Ich sehe vor mir eine Gruppe mit dem Potenzial zu tun, alles zu tun. Schwierige Zeiten sind sicher. Aber wir haben schwierige Zeiten im Vergangenen. Wir lassen nicht Bonko uns manipulieren, um die Welt durch seine Augen zu sehen. Wir sind nicht Objekte. Wir sind nicht Inferior. Wir sind nicht Inferior. Wir sind nicht Inferior. Ich versuche, dass du mich vertraust hast. Und das ist nicht eine kleine Sache zu fragen. Aber ich versuche dir, ich habe ein Plan. Ich werde dich für eine kurze Zeit, sehr bald. Aber ich werde zurück. Und wenn alles wie planiert wird, die Tafeln wird geschlossen. Okay. Sehe ich auch so. So. Und jetzt? Da oben müsste ja die Lagerhalle sein, oder? Ich muss da nach links. Es könnte auch sein. Gehst du jetzt mal da hoch? Die gehen da nicht hoch. Ich würde nach links laufen, die Alte. Ah ja. Interessant auf jeden Fall. Gehen wir mal runter. Tö, 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 tö. Hm. Wenn ich so weiter so dran finde, wenn sich läuft, dann dauert das echt noch ewig. Oh, halt! Da ist noch ein Text. Komm gleich zu dir. Lieber F, ich fühle mich nach wie vor willkommen hier am Bahnhof und alles scheint gut zu laufen. Sicherheitsoffizier Seckty leistet gute Arbeit. Wenn ich ein Rebell wäre, würde ich darauf achten, ihn nicht zu unterschätzen. Ich freue mich auf das Feuerwerk. In Freundschaft P. F wird fix sein, aber P? Quill, was geht? Aha. Da bin ich ja mal gespannt. Ah, maaazing. Ah. Nein, nein, es ist noch besser als ich dachte. Bulb wird nicht ein Ding verwacht. Hier ist der Plan. Bulb hat die Arca in seinem Haus. Wir werden es zurückgekommen. Wie will ich das tun? Ich will presenten Sie zu Bulb als der Specialist. Und wenn wir in seinem Haus, Sie machen sich sicherlich zu halten. Meanwhile, ich opene eine Winde, so Fig kann die Arca. Simple. Bulb wird nicht an zu erkennen, dass ich mich an zu first glance. Nein, er wird nicht. Trust mich, Sie sind einfach wie ein movinger Boxer, die in die Warehouse. In fact, Sie sind ein bisschen wie mein Third Cousin. Aber er wird nicht an zu erkennen, so Sie sollten nicht sein. Wie kann ich die Arca zu halten, ohne sie zu sprechen? Trust mich, Bulb wird das Gespräch machen. Du wirst nur nöden und schäu deinen Kopf. Literalisch. Was, wenn ich deine Augen muss? Dann schäuze, und schäuze ein bisschen zu sein. Lass uns versuchen. Kannst du nöden? Wie, du wirst feststellen, was ich sehe? Nöden? Ja, perfekt. Sehr überzeugend. Jetzt, lass uns dich schäuze, wie du bist, du bist nicht zufrieden. Schütteln? Ja, es funktioniert. Bulb wird nicht ein Problem verwirrt. Ja, nein. Winken. Jetzt, lass uns die Waffe versuchen. Das ist fantastisch. Da ist ein Aktor in dir geblieben, Anne. Du bist bereit. Lass uns deinen Arca zurückkommen. Ja, das ist der Spirit. Ich will dich in Bulbs' Haus treffen. Okay. Ich bin jetzt eine Kiste. Ficks brillanter Plan lautet, Bulb, das Arca zu stehlen. Bulb verwahrt es sicher in seinem Haus. Anschließend wird Fick es mir zurückgeben, sagt er. Was ist, wenn ich keine Ablenkung bin, sondern ein Köder? Was ist, wenn er das Arca für sich selbst haben will? Ich bin in der Klemme, in der Unterzahl und unbewaffnet. Was habe ich für eine Wahl? Ich werde Quill zu Bulbs' Haus folgen müssen. Nicken, winken und mir den Kopf fackeln. Das wird niemanden täuschen. Ah, nein. Das wird sich... Ähm, äh... Ich war eher gefühlt mit Bulbs' Liederschaft. Er hat Resultate. Aber ich spreche über eine langfristige Resolution zum Konflikt. Affirmativ. Das wäre akzeptabel. Aber Fick ist zu liberal. Er limitiert die Qualität in sich selbst. Ich sage, wir brauchen Disziplin. Ordnung. Bulb ist die richtige Vergütlinge zu verbreiten. Das ist das, was du willst. Nur Zeit wird es, wenn du es. Die Lieders sollten zusammenarbeiten. Wir können die besten aus beide. Ich denke, das ist das, was sie versuchen zu tun. Most der Zeit. Affirmativ. Ich hoffe so. Oh, sie mag uns. Jetzt weißt du es noch mal. Sekunde, komm gleich. Ich will nur kurz... Ach, die Tante. Okay, genau. Die Puppe da, die braune. So, bin soweit. Jetzt wird es interessant. Und... Yes? Oh, Quill, you're here with the Specialist. Perfect. Come in. I don't remember seeing your friend before. Ah, Bulb. A Joker as always. Of course, you recognize the great, great Boxton. He's had key roles on several missions to the Tower Grounds. And I don't have to mention the incident in this morning's operation, I take it. Äh, heh, heh. Oh, great Boxton. Certainly, of course. I'm honored. That was quite a... A thing you did. He, eh, he doesn't talk much after the incident. I'm sure you understand. Of course. Well, come with me. I've got the plans for our next mission upstairs. Keep him busy. Beschäftige ihn. This, Mr. Boxton, is the plan of our next attack on the Tower Grounds. With your expertise, I'm sure we can improve it. The Watchtower has always been a problem for us. But during the last mission, we sabotaged the gates. My hope is that you have information about exactly how much damage we inflicted. Can we walk straight through the Watchtower now? I see. That's news to me. I'll plot that in on the plan. What about the workshop? This morning's attack revealed that the last segment of the Aether Bridge is kept there. Did you see anyone guarding it? Of course, our amnesian overlord has guards. Are they patrolling all the time? No. I see. So we might be able to get in after all. Splendid. By the way, those are some peculiar boots you have. Where have I seen boots like that before? They remind me of... Say, Bald, did you know that Mr. Borgston is also very well informed about anima systems and ARCA theory? Really? That's wonderful timing. I have so many questions. Let's go downstairs. Between you and me. I'm experimenting with the ARCA. I'm close to figuring out how to wield it. Achso, I should go down. Okay, wait. I just wanted to go down. It's like a clown. See the schematics, Mr. Borgston. I've tried to map out how the ARCA works. If my theory is correct, we're just scratching the surface of what this thing can do, and so is the Enforcer. Look, doesn't it seem like the ARCA can actually store anima? Really? I got it right. I bet you had a similar theory, didn't you? Yeah? I knew it. The ARCA can store anima. Remarkable. Fig, that wooden wimp is too scared to use it. I think we can do great things with the ARCA. Are we on the same page, Mr. Borgston? I'm kidding. Of course, a seasoned veteran such as yourself can recognize an opportunity when he sees it. Hey, you, Plumich, no snooping around. Stay down here. No one goes upstairs without my permission. Did you hear me? I don't want you upstairs. Oh, of course not. I understand. Say, why don't you ask the Enforcer? Ha ha, what I meant was, why don't you inform Mr. Borgston about your ARCA theory? Oh, yes, I think you'll like this. My other theory is that the ARCA could be among the very first crystals in existence. Perhaps even the one with which our whole world originated. What do you think about that, Mr. Borgston? You're right. It was perhaps a bit far-fetched. Of course, Bonku wouldn't let Amir girl run around with the power to alter our very existence. That would be... Hey, what's going on? I thought I told you no snooping around. You sneaky feather duster. What do you think you're doing? Oh, ha. That sly little forger. Sorry about this, Mr. Borgston. I have to see if everything is alright with the ARCA. Can I fix it? Can I fix it? I could be the forgotling who discovers how to reverse the crystallization process. Yes, yes, I'm on my way. I don't understand. Yes, yes, I'm on my way. What do you mean? Yes, yes, I'm on my way. What? Ah, warte, warte. Okay, I've got to see if I'm on my way. What do you want? Okay, okay, okay. Yes, yes, I'm on my way. We're here. Now, what is it? Why did you? You lord me down here, didn't you? You want the ARCA for yourself. No, no, that's absurd. I'm sorry, Mr. Borgston, but I am surrounded by forgotlings who lust for power and can't be trusted. What? Puh, that's when we're not gone. Oh, that's what I'm going to do. No, 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 no. It's gone. No, no, no. That was my last chance. I'm finished. This is it. I'm done for. Ich kann mich nicht bewegen. Ich will abhauen. Hilfe. Gut, dann gucke ich mich noch ein bisschen um. Wenn wir auch schon mal hier sind. Kann ich immer noch so komische Sachen machen? Okay. Da komme ich nicht hin. Okay, kann ich da raus? Hoch kann ich nicht, aber ich will da raus. Geht auch nicht. Okay, dann gehe ich auch mit raus. Jetzt werde ich ein bisschen geschickter machen können. Ich lese es ja natürlich mit und möchte natürlich überall sein. Stimmt. Ich weiß es nicht. Der Plan hat funktioniert. Bub hat die Geschichte geglaubt und Fick ist mit dem Acker abgehauen. Bulb zerlegt. Jetzt auf der Suche nach das Versteck und ich sollte die Gelegenheit zur Flucht nutzen. Fick wusste, dass es so kommen wird. Entweder ist Bulb so berechenbar oder Fick kann Leute sehr gut einschätzen. Ich sollte mit Ficks Karte zur Oberfläche gehen und dort auf ihn warten. Langsam glaube ich, dass ich meinen Acker tatsächlich zurückbekomme. Welche Karte eigentlich? Äh... Können das Treppen sein? Wer geht da? Oh, guten Tag zu Ihnen, Sire. May I inquire über Ihre Erdung? Danke. Dann, was ist Ihre Erdung? Say no more, I understand. How bad is the situation? It is even worse than I thought. I must spring into action. Fear not. Help is on the way. Okay. 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 when the spirits go out. Let's pray. Untertitelung des ZDF, 2020